Heute schauen wir uns mal an, wie man mit der Superscale-Funktion von DaVinci Resolve Studio Bilder upscalen kann, die eine deutlich geringere Größe haben. Das heißt, wir bringen quasi Full HD oder HD-Material in eine 4K-Timeline und schauen uns mal an, was Superscale damit machen kann, wo vielleicht auch die Stärken bzw. Schwächen davon liegen und wir beantworten auch die Frage, sollt ihr es nutzen oder lassen wir das Ganze lieber? Wir springen rein und schauen uns das Ganze mal an. Ihr seht es hier, wir sind in einer Timeline, in diesem Fall ist es einfach Timeline 6. Wir schauen mal ganz kurz in die Timeline Settings, die wir im Media Pool finden. Wir gehen einmal zu Timeline 6, machen einen Rechtsklick drauf, gehen auf Timelines, Timeline Settings. Schauen wir uns mal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben 3840x2160, also Ultra HD, mit einer 23,976 Framerate und Mismatched Resolution Scale Entire Image to Fit. Das heißt quasi, dass DaVinci Resolve einfach komplett ignoriert, was die Ausgangsfootage überhaupt für eine Größe hat und es einfach dementsprechend so groß macht, wie die Timeline eben vorgibt. Und ihr seht es vielleicht hier, wir haben hier nicht wirklich großartig viele Details. Ich blende euch die Shots auch jeweils nochmal einzeln ein, sodass man den Unterschied dann eben auch wirklich auf eurem Endgerät dementsprechend sieht. Das Video hier ist in 4K, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr das gerne in 4K einmal anschauen. Dann seht ihr nämlich am besten den Effekt, was Upscale AI überhaupt mit diesem Bild hier macht, beziehungsweise mit diesen 4 Bildern. Denn es funktioniert anders bei je nach Thema letztlich. Wir haben hier als erstes den Clip Arial SFO. Wir gehen hier mit einem Rechtsklick drauf und sagen einmal Find in Media Pool. Da haben wir also unseren Clip. Und diesen Clip müssen wir natürlich mal anschauen, was wir hier haben. Deswegen scrollen wir nach rechts und wir finden hier hinten einmal unsere Auflösung, unsere Resolution. Die ist 1280 mal 720. Also sehr, sehr gering. Das ist nur normales HD, nicht mal Full HD. Und deswegen sind wir hier auch relativ eingeschränkt mit was wir machen können. Allerdings werden wir da auch umso einen größeren Effekt von dem Ganzen sehen. Denn in der Regel ist es so, je schlechter die Qualität, desto mehr kann man rausholen, beziehungsweise desto mehr sieht man es in der Regel. Und wir scrollen in unserem Inspektor dafür einmal etwas nach unten und finden dann hier ausgegraut einmal das sogenannte Superscale. Und wenn wir das aktuell in einer Version von DaVinci Resolve Studio 18.5 oder 18.6 einmal aktivieren, dann passieren zwei Sachen. Einmal, er aktiviert das Ganze und wir sehen das an unserem Bild. Wir sind schon deutlich schärfer geworden, aber nicht nur das, sondern letztlich ist hier direkt die Funktion zweifach Enhanced aktiviert. Und die Funktion zweifach Enhanced ist im Vergleich zur Funktion zweifach deutlich Enhanced, also deutlich besser. Und es ist eigentlich die Funktion, die ich euch raten würde, dass ihr die verwendet, wenn euer Footage Material damit sinnvoll funktioniert. Denn es ist immer ein bisschen, ja man muss immer ein bisschen ein Auge drauf haben, was passiert. Denn diese Enhanced Funktion fügt Details in gewisser Art und Weise hinzu. Und manchmal funktioniert es gut und manchmal funktioniert es nicht so gut, weil dann werden falsche Details hinzugefügt. So, ihr seht es vielleicht hier bei mir im Hintergrund, es ist schon ein deutlicher Unterschied. Also am extremsten merkt man es jetzt im Endeffekt eigentlich an diesen Balken vor diesem Flugzeug. Superscale aus und an, das ist schon ein Riesenunterschied, was hier an Details eigentlich dazu kommt. Wenn wir jetzt hier mal auf Vierfach gehen, dann seht ihr, was passiert. Denn diese Superscale Funktion, die macht quasi, also die analysiert das Bild mit Hilfe von der Neural Engine in Resolve und schafft es dadurch eben bestimmte Sachen besser abzugrenzen. Denn selbst wenn ich hier prinzipiell mit der Superscale Vierfach Funktion viermal die Auflösung hier hinbekomme. Also wären das dann, ja lass mich nicht lügen, Rechner, das wären dann 1280 mal 4, da kommen wir auf 5120 mal 720 mal 720 mal 4, 2880. Das heißt mehr als 4K, wir sind hier im Bereich 5K. Und obwohl das ja prinzipiell von der Auflösung her deutlich besser ist und man auch sagen muss, dass es hier auf meinem großen Referenzbild schon sehr gut auch aussieht, bin ich der Meinung, dass die Superscale zweifach Enhanced Version nochmal einen Ticken schärfer in bestimmten Bereichen ist. Naja, aber was hilft es? Naja, man muss sich mehrere Varianten dafür mal anschauen. Wir gehen hier mal zu diesem Shot und machen das gleiche. Wir machen die Superscale Funktion wieder an. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen durchscrubben ganz langsam, also Vorsicht, solche AI Features brauchen einfach wahnsinnig viel Rechenpower. Also übertreibt es nicht. Und wir schauen uns hier mal diese Unterwasserpflanzen an. Dann sehen wir hier an den Kanten, dass ganz schön viel dazu erfunden wird. Das ist bei der Vierfachvariante eben nicht so. Sondern hier, ihr seht es, es hat eher so ein bisschen einen Weichzeicheneffekt im Vergleich zu dem zweifach Enhanced. Das heißt, diese Enhanced Version, die ist in der Regel mit stärkeren Kanten und mehr Details ausgestattet. Und das kann eben, wie gesagt, in manchen Bildern gut funktionieren und in manchen eben nicht. Ihr seht es hier auch ganz gut, wie viele Details von dieser Pflanze letztlich eigentlich dazu erfunden werden. Wenn wir mal hier unten auf diese Kralle achten, das ist schon ziemlich krass, was da nochmal rausgeholt wird. Und selbst im Vergleich zum Vierfachen Enhanced, selbst wenn wir hier die Sharpness auf High stellen, kommen wir niemals an den gleichen Detailgrad, wie wenn wir hier mit der Zweifachen Enhanced Funktion arbeiten. Wir schauen mal nochmal bei einem Gesicht. Hier haben wir eine Interviewsituation und wenn wir hier ein bisschen näher reinzoomen auf die Augen, Augenpartien und sowas, da sieht man es immer am krassesten. Ja, es ist nicht wirklich scharf und das ist okay, aber in einem 4K-Projekt diesen Frame hier zu verwenden, ja, kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Wenn wir jetzt aber Superscale einmal einschalten, ihr seht es, wie krass diese Augen jetzt auf einmal rausdechen. Das ist eben das, weil AI schon sehr, sehr extrem auch auf Gesichter trainiert ist. Selbst wenn wir hier die Sharpness etwas reduzieren, was ich in dem Fall definitiv machen würde, haben wir immer noch ein sehr, sehr scharfes Augenpartie-Bild, beziehungsweise eine sehr starke Augenpartie. Nochmal vorher, nachher, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und wenn wir dann noch die Sharpness einmal aktiviert haben, wird es nochmal deutlich stärker. Und auch wenn wir hier bei Superscale einmal die Vierfach-Variante wieder auswählen, wir kommen lang nicht an die Details hin, die wir mit der Zweifach-Enhanced-Version Intervention Resolve eben erreichen. Und das ist für mich der Grund, warum ich die Zweifach-Enhanced-Version tatsächlich so gut wie immer, wenn ich kann, nutze. Was meine ich damit? Naja, es gibt wie gesagt Fälle, da kommt es zu Artefakten. Und wenn die zu stark werden, dann gehe ich eigentlich lieber auf die Vierfach-Super-Scale-Funktion und schärfe die lieber einfach noch einen Ticken nach, als dass ich zu krasse Artefakte habe. Aber wenn man das sich so anschaut und diese Zweifach-Enhanced-Funktion nutzt, dann ist es wirklich extrem, was quasi aus dem Nichts mittlerweile durch AI rausgeneriert wird, an Details, an Kontrast, an Konturen. Das ist wirklich spannend zu sehen. Und damit schafft es auch ihr, eure, ja, vielleicht nicht ganz so hochauflösende Footage entweder auf 4K zu bringen. Und selbst wenn es so HD-Footage ist, dann ist es ungefähr 2K, dann sind wir irgendwo bei 1440 mal, oh, lasst mich nicht lügen, oh, Mathe, 1000, 2400, 200, äh, egal. Letztlich ist es so, mit der Zweifach-Enhanced-Version fahrt ihr in der Regel recht gut, achtet aber unbedingt auf Artefakte und achtet unbedingt drauf, dass es nicht zu scharf und unnatürlich aussieht. Ihr könnt aber natürlich im Nachhinein in der Color-Page das Ganze nochmal ein bisschen entschärfen quasi und dadurch vielleicht einen Ticken natürlicheren Look hinbekommen. Falls ihr in diesem Video wieder was dazulernen habt können, dann würde ich mich natürlich riesig von euch über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann ist jetzt die perfekte Zeit dafür, denn damit verpasst ihr keine DaVinci Resolve-Tutorials mehr, kostenlos ist es auch, und ihr habt auf jeden Fall dann immer wieder neuen Input, was man beim Editing noch anders machen kann, was man vielleicht noch verbessern kann oder wie man seinen Workflow einfach schneller machen kann. Und apropos Workflow, hier findet ihr übrigens ein Video, wie man verschiedene Kameras kalibrieren kann. Und zwar wirklich komplett verschiedene Kameras, beispielsweise ein iPhone und eine Kinokamera. Und ja, das geht.